Michael Max Zietel ist ein deutscher Schauspieler. Leben Michael Zietel kam im Februar 1951 als Sohn eines Arztes und einer Hausfrau in Moosbach zur Welt. Als Jugendlicher fand er den Weg zur Bühne und wirkte in der Theatergruppe seiner Schule mit. Nach dem Abitur studierte er auf Wunsch seiner Eltern zunächst einige Semester Medizin, bevor er seinen Berufswunsch verwirklichte und bei Irene Haller in Heidelberg eine Schauspielausbildung absolvierte. Seither hat er Rollen in vielen großen deutschen TV-Serien übernommen wie etwa Derrick der Alte, Siska, Die Wache in aller Freundschaft, Alarm für Cobra 11 und Praxis Bülobogen. Als der Bauer und Gärtner Johann Gruber spielte er in über 400 Folgen in der ARD-Telenovela Sturm der Liebe mit. Michael Zietel wohnt heute mit seiner Frau und drei Kindern in München. Neben seinen schauspielerischen Tätigkeiten betreibt er seit 2003 den Flagship-Store der italienischen Designer-Möbelmarke Kartell in München. Er ist der Onkel des Schauspielers Ken Duggen. Filmografie, 1993 zu 1997, Derrick, 1994, Die Wache, 1994 zu 2006, Der Alt, 1995, Die Einzige Zeugin, 1997, Forsthaus Falkenau, Lebensräume, 1998 zu 2005, Siska, 1999-2007, Tatort, 2001, Im Namen des Gesetzes, 2002, Die Rosenheim-Cops, Mord in Kolbermoor, 2003, Forsthaus Falkenau, Abschied von Senta, 2005, Der Clown, 2006, Die Rosenheim-Cops in der Höhle des Mörders, 2006 zu 2009, Sturm der Liebe, 2008, Soko Kitzbühel, 2008, Das Musikhotel am Wolfgangsee, 2010, Die Rosenheim-Cops, Mord auf Rezept, 2010, In aller Freundschaft, 2014, Kreuzfahrrad ins Glück, Episode 19, Hochzeitsreise nach Barcelona, Theater, Das Geld liegt auf der Bank, Laura, Lissaboner Travietta, Gerüchte, Gerüchte, Lobbyerin für Herrn Schütz, Schöne Familie, Die Räuber, Bericht für eine Akademie.